Als kleiner Junge war mein großer Traum, alt zu werden mit Fußball. Aktuell habe ich das Gefühl, ich werde alt wegen Fußball. Es war natürlich sehr nervenaufreibend, aber wir haben auch von außen volle Energie reingelegt, das ganze Trainerteam, die ganze Bank. Die paar Jungs, die dann von uns auf der Bühne waren, die haben alle mitgefiebert und wir wollten der Mannschaft einfach helfen. Es war dann oft nicht leicht, aber es hat funktioniert. Die Räume wird im Räume bleibt geöffnet. Das sieht aus. Wie oft ist das mit den Räume eingekommen? Das ist damals mit zum Beispiel auf der Bühne. Untertitelung des ZDF, 2020